Und damit Willkommen zu Alles Dust, Alles ist Staub. Schöne Musik. Ich weiß nicht, worum es hierbei geht, was passiert ist und was wir zu tun haben. Aber das ist nicht schlimm. Denn das werden wir jetzt herausfinden. 19. August 1928. Ich war freihändig. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 21. 21. 21. 23. 24. 24. 25. 25. 20. 22. 23. 24. 23. 24. 23. 25. 24. 23. das F. Was ist denn das hier? Okay, am 15. Mai 1929 ein Mädchen, sieben Jahre alt, wird gekidnappt und die Polizei sagt, naja, es passiert. Okay. Sie stimmt zu, sie bestätigen, das ist furchtbar. Ist es meine Tochter? Patricias Room. Die Tür ist verschlossen. Gehört Patricia einer Sekte an? Mit sieben Jahren schon? Mann, ich muss ein furchtbarer Vater sein. Verdammt. Was gibt es hier sonst noch so zu sehen? Dieses Bett ist echt... Schön, also ziemlich gemütlich. Und hier ist ein Bild von Patricia mit ihrer Laterne. Okay, gut. Patricia, ich hole dich jetzt. Hold shift to sprint. Okay, gut, 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 gut. Pick up die Laterne, nehme ich. Ich hab sie. Was ist das für ein Licht da vorne? Ich... Ich sollte das dringlichst hinterfragen, Mensch. Es bewegt sich, so wie ich mich bewege. Ne, 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 hey, hey. Na gut. Lassen wir es dabei. Ich weiß ja nicht, es glitzt. Diese Atmosphäre ist echt einschüchternd und die Dunkelheit ist so erdrückend, dass ich gleich zusammenbreche, Mann. Okay, gehen wir zur Scheune. Was finden wir hier? Hier leuchtet auch ein bisschen Licht. Können wir hier rein? Hallo, ich bin's. Ich hätte was Frank gesagt, aber ich bin nicht Frank. Ich bin jemand anders. Bahn Front Door. Okay, warte mal. Diese Scheune steht schon seit Monaten leer, aber dennoch kommen die Ratten da rein. Ich weiß gar nicht, wie sie das schaffen, aber sie kommen rein und ich als Scheunenbetreiber mache mir jetzt meinen Kopf, weißt du? Denn so geht das ja nicht. Ich mache mir meinen Kopf. Ich mache mir einen Kopf. So. Nein, ich mache mir meinen Kopf, weißt du? Ich baue mir meinen Kopf zusammen und dann setze ich ihn mir auf und dann gehe ich hier ein bisschen rum und tu so, als wäre das normal. Was rede ich denn? Was war das jetzt bitte? Nun gut, ich habe hier so eine kleine unsichtbare Wand gehabt, die mich am Weiterkommen hinderte und was ist das bitte für eine furchtbare Vogelscheuche? Die ist wirklich grottig. Richtig grottig, aber ziemlich gut. Was leuchtet denn da so? Was ist denn das hier für ein Feld? Da kommt so ein Riesenvogel. Ne, bloß eine Krähe. War die Perspektive. Hat mich ein bisschen verunsichert. Ich kann dieses Rad mitnehmen. Was? Crank. Well, Crank. Ich will dich nicht. Gut. USA. USA. Du guckst mich an, Junge. Du drehst deinen Kopf. Wow, jetzt läuft es mir doch ein bisschen über den Rücken und zwar eiskalt. Du bist kein schönes Ding. Du bist in der Tat ziemlich hässlich und ich möchte nicht, dass du deinen Kopf so fachängst. Das ist doch nicht gesund, Junge. Ich muss weg hier. Bewegt er sich? Ah, wir gehen mal kurz im Kreis. Ich... Das ist ja der Wahnsinn, Mann. Wow. Schon im Anfangsstadium ist das schon... Ist das... Ist das echt gruselig? Ich kann gar nicht reden gerade. Wie immer. Das ist unangenehm. Das ist unangenehm. Es tut mir leid. Tut mir leid. Ich will doch nichts von dir. Hat dieses Monster mein Kind gekidnappt? Oder bin ich das Monster? Kann ich hier durchgehen, bitte? Oh, das macht Sinn. Durchs Maisfeld. Komm schon. Was ist denn das hier? Die Lautstärke ist hoffentlich gerechtfertigt. Ich höre nichts. Okay, wir müssen uns zusammenreißen. Wir müssen uns zusammenreißen. Wir müssen zum Brunnen und dort ein bisschen was ansetzen oder einsetzen. Dieses Rad, was ich gerade aufgesammelt habe. Mann, ey. Lauf doch dran vorbei, Junge. Okay, es gibt hier so ein paar bewegungseinschränkende Probleme. Diese verdammten Blätter sind zu hart. Lassen mich nicht durch. Gehen, ich seh dich. Ich seh dich. Ich habe dich genau gesehen, Mensch. Wie machen wir das jetzt? Ich habe doch jetzt hier was für den Brunnen, aber ich kann es nicht. Doch hier. Ich cranke den Well. Ich weiß nicht wieso. Du bist ein böser Brunnen. Du bist ein scheiß Brunnen. So, gut. Ich habe den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel. Wir müssen wieder ins Haus. Ins Haus. Du musst mich gar nicht so angucken, Frank. Du bist Frank. Der Böse ist immer Frank. Das Licht. Kann es mir helfen? Ich weiß es nicht. Patricias Raum. Das Licht. Und auf einem heißen Abend, ein paar Leute von der Straße kam und ruf auf meine Tür, sagen einiges über Jesus und der devil. Dich kamen sie mich aus meine Erachträgen zurück zu wie es war. Ich habe gesagt, ich habe ihnen nichts mehr zu offer, seit der verflucht kam. Aber wir haben sich nicht so gut zu sehen, meine daunnen, was ich mich schmerzen. Ich habe sie das jetzt, wie sie mir Sie haben mich überrascht, aber sie haben nichts gesagt, so lange ich mit ihnen gearbeitet habe. Well, ich habe jetzt mit jemandem gearbeitet. Also sie gaben mir dieses hier Buch, sagen, dass sie zurückkommen, sobald ich es gelesen habe. Das ist doch jetzt was ganz anderes hier. Wo sind wir denn jetzt zur Hölle? Newspaper. Ne, Page. Press F. F. Ich drücke F. Nichts passiert. Das macht mich so ein bisschen wütend. Kann ich in diese Kiste schauen? Nein, die ist zu... Das ist also Patricias Raum und hier ist so ein Schlüssel, den kann ich nicht mitnehmen, aber diese Puppe kann ich angucken. Okay, ich habe diese Puppe für Patrizia gekauft und... Es ist schon ein bisschen her, was? Es ist schon ein bisschen her. Ich habe es von irgendeinem alten Raben gekauft anscheinend. Oder so einer Krähe. Ich weiß auch nicht. Seit wann verkaufen Krähen denn Puppen? Das macht mir ein bisschen Angst, hier so ein Buch. Ich möchte jetzt bitte hier reingucken, aber es geht einfach nicht, weißt du? Es geht einfach nicht. Na gut, dann halt nicht. So nicht. Hier kann ich auch nichts tun. Hier kann ich was machen. Witch's Book. So, okay, pass auf. Taumatorgic Grimoire. Nein. Nein, das will ich nicht. Das will ich nicht. Okay, wir haben jetzt hier so ein kleines Problem mit dieser... Mit dieser Page. Mensch, ähm... Wir gehen einfach mal raus und gucken, was passiert. Hoffentlich kommt Frank wieder vorbei und sagt, Oh, du, ich bin's. Wo müssen wir jetzt hin? Was ist meine Aufgabe, Mensch? Muss ich jetzt... Warte mal, da ist so ein Bild am Baum. Patrizias Drawing. Sie hat immer das gleiche gemalt. Patrizia, wir müssen da hinten hin wahrscheinlich. Warte mal, die Scheune ist offen. Ob Frank drin wartet? Bitte nicht Frank, ich mag dich nicht. Du bist böse und sehr gelenkig. Das ist eine furchtbare Kombination. Ich kann hier hochklettern, super. Nee, ich seh's doch schon. Frank! Was soll denn die Scheiße? Was hängst du hier so ab? Jetzt tut er so, weißt du? Oh, ich back ein bisschen rum. Mach doch nichts. Ich tu dir nichts, weißt du? Mach dein Ding. Ich geh mal kurz hier hoch. Oh, Mann. Oh, Mann. Was ist das hier hinten? Gut, wir haben irgendwas aufges... Licht! Äh... Ist klar. Gut. Das ist ziemlich heftig. Das ist ziemlich heftig. Was... Was soll das denn? Was soll das? Ich geh jetzt da lang. Ich hab die Faxen dicke, Mensch. Ich will nicht mehr mit dir spielen, Frank. Du spielst nicht nach unseren Regeln. Du hast deine eigenen Regeln. Die mag ich nicht. Die sind... Du spielst immer zu Trommeln und löst Gewitter aus. Das ist doch scheiße. So will ich nicht spielen. Ich will... Ich will fair spielen. Ich will nach Regeln spielen, die es wirklich gibt, Frank. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt hier hochklettere. Aber das macht... Das macht schon Sinn. Ich weiß genau. Das wird uns irgendwo hinführen. Und zwar zu Fragment 2. Na, da unten bist du doch. Ich seh dich... Oh. Warte mal. Ich will nochmal nach oben. Können wir hier noch irgendwas tun? Irgendwas Schönes? Kann ich jetzt hier runterfallen oder bin ich tot? Gut. Leider, ich falsch schaden. Frank macht erstmal ne Runde... Keine Ahnung... Breakdance da unten. Ich will nicht... Ich will nicht, dass er jetzt genau neben mir steht. Frank. Keine Ahnung wieso, aber das hat weh getan. Und ich möchte nicht, dass das nochmal passiert, bitte. Wir gehen da lang. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Wir müssen wohl woanders hin. Er dreht seinen Kopf diesmal nicht. Was? Diesmal tust du so als... Ah, du hast ihn doch gedreht. Ich wusste es. Na gut, warte mal. Wir müssen überall hin, wo es diese Zeichen gibt und... Ah, er kommt diesmal nicht hinterher. Er ist so ein bisschen langsam manchmal. Das muss man ihm verzeihen. Er ist auch schon... Pfff... 94 Jahre alt. Und hat keine Beine also. Ich bitte dich. So, wo könnten wir noch hingehen? Wahrscheinlich jetzt hier wieder aufs Feld. Ah, da ist nichts diesmal. Da ist... Nichts. Aber ich will trotzdem nochmal schauen. Sicher ist sicher. Ist bloß diese Laterne, die wir nicht... ...benutzen können. Diese Blitze machen mir ein bisschen Angst. Bereiten mir Kopfzerbrechen. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Geht's da hinten noch weiter? Nee. Wir müssen zu diesem... ...zu diesem Rad. Und wir gehen am besten durchs Maisfeld. Das ist am sichersten, Mensch. Das weiß man doch. Ich hab nicht unendlich Ausdauer. Ein Stein. Wir haben einen Stein ge... die Spranke. Alter. Ich hab' mich grad richtig erschrocken. Also... Gut. Wir müssen also hingucken. Wir müssen hingucken, wo wir hinlaufen. Denn, denn... Hör auf, Hetze! Okay. Er ist gar nicht da. Das war bloß dieses Geräusch hier. Ich seh' keine Fragmente. Ich sehe keine Fragmente. Halten wir uns vom... Zwei Franks! Frank und Frank Junior! Nee! Ihr seid furchtbar! Oh Gott, wenn er mich trifft, verdoppelt er sich. Das ist echt nicht geil, Mann. Ich will sowas nicht. Da hinten geht's weiter. Da ist irgendwas. Da brennt was. Ah, hier haben wir doch diesen Platz, den wir brauchen. Warte mal. Was ist das? The wagon has been abandoned since my last horse died. Okay, warte mal. Das wird mein letztes... Halt den Mond, Frank! Das ist nicht nett, Mensch. Was ist denn das hier? Nichts. Na gut, das ist ziemlich einseitig. Ich weiß nicht genau, was das bringen soll. Also für mich oder für dich. Ich meine, du haust mich, aber ich kann anscheinend nicht sterben, was? Verschwinde. Okay, warte mal. Wo ist das Haus? Da ist wieder der Brunnen. Ich muss zum Haus. Ich muss ins Haus. Ich muss jetzt... Ruhe geben. Ist die Wiese hier. Die Wiese. Das ist ein sehr unangenehmes Spiel bisher, muss ich sagen. Sehr, sehr unangenehm. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Nimm doch mal... I still need a page. Was zur Hölle ist los, Mann? Ich hab doch alle Pages. Hab ich nicht... Ich muss zurück zum Wagen. Irgendwas fehlt da noch. Frank, du bist zu dritt. Das ist scheiße. Weißt du, weißt du, was ich jetzt tue? Weißt du, was ich jetzt tue? Ich frag die Krähe. Ich frag die Krähe. Du brauchst dich gar nicht umdrehen, du. Wenn wir jetzt einfach nur rückwärts gehen die ganze Zeit, kann uns nichts passieren. Ich bin mir sicher. Wo ist der Wagen? Komm schon, irgendwo muss so eine blöde Seite liegen. Oder noch eine Page in der Barn? Das wäre absolut sinnfrei, aber muss ja sein... Mach mir keinen Kopf. Mach mir absolut... Du Scheiße, ich seh dich doch! Wenn ich mich ruhig verhalte, lässt du mich dann in Frieden? Bitte! Ich will das nicht. Ich will das echt nicht, Mensch. Ich will nicht, dass du mir so auf die Pelle rückst. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch und außerdem... mag ich es nicht, wenn mich... komische, beinlose Monster angreifen. Ich dauernd anschreien, das finde ich nicht gut. Ich lauf jetzt rückwärts. Ich lauf jetzt rückwärts. Ich lauf rückwärts. Du hast es so gewollt, Mensch. Okay, jetzt habe ich ihn hier drauf gelockt und wenn ich jetzt die Tür zumache, ne... dann guckt er blöd. Kommt er nicht raus? Kommt er nicht raus? Ich sehe dich von hinten. Was hast du denn da dran? Ist ja widerlich. Ich drehe meinen Kopf einfach rum, weil ich krank bin. Psychopath. Und ich bin furchtbar fies und gemein. So, nicht. So, nicht. Aber gut. Jetzt bin ich im Baum. Okay. Gut. Ich bin wieder... Es ist abgestürzt. Was? Sag mir... Nicht, dass ich jetzt nochmal alles von vorne machen muss, bitte. Blöde Sau. Blöde Sau. Das haben wir schon mal gesehen. Ich gehe mal dir vorbei, du. Ne, 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 ne. So nicht. So haben wir nicht gewettet, Freundchen. Ihr seid ganz schön aufdringlich, was? Nimm das Licht. Und du hoch jetzt. Da ist doch das dritte Fragment. Ich hab's. Nimm es. Nimm das Licht. Take it. So. Und jetzt zurück zum Haus. Schnell, 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 schnell. Wir sind beim Haus und alles ist super. Also, schauen wir mal, was jetzt passiert. Was ist denn das jetzt? Das kennen wir schon. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Und versucht, es zu verraten. Ich hab's. Ich hab's. Aber ich hab's. Ich hab's. In den Kupfen zu. Ich hab's. Und noch nie, als ich habe. Ich hab's. Der, der, ich würde wahrscheinlich ein windowlesser. Von Patricia's. So. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Und sah. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ihre Puppe, aber mehr wissen wir nicht Was gibt's hier hinten jetzt? Neues? Gar nichts Irgendwie haben wir schon wieder umgeräumt Und unser Ziel ist diesmal Was soll denn das? Der verliert keine Zeit heute, wir müssen zur Windmühle Und die ist ja da hinten irgendwo Hinterm Haus Hier ist so ein Kreuz, Mensch Überall sind hier Kreuze Was ist das für ein abartiger Scheiß, Mensch Ich hab da mal nichts zu tun Hier, das ist so ein So ein Kochtopf, Mensch Ich hab ihn kaputt gemacht Und überall sind Franks jetzt Frank! Okay, pass auf, pass auf, pass auf Wir gehen jeden Einzelnen jetzt ab Wir machen ihn kaputt Oh Gott Wie läuft denn das jetzt? Warte, 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 warte Ganz cool bleiben, ganz cool bleiben Ich muss alle im Blick behalten Alle im Blick behalten Schweinchen, ich töte euch, Mensch Ah, ich weiß, was ich tun soll Ich weiß, was ich tun soll Ich bring die ganzen Dinger um Warte Was passiert hier mit mir? Der letzte Kochtopf Der letzte Gut, ich hab, äh, nicht gewonnen Was? Hab ich nicht gewonnen? Hab ich jetzt nicht gewonnen Oder hab ich doch gewonnen? Was war denn das gerade? Ich muss wieder da hinten hin Was? Und dann muss ich zum Licht gehen Zum Licht muss ich gehen Ja gut, das ist alles gar kein Problem Wieder einmal sind wir an diesem Punkt angelangt, Freunde Ich weiß nicht Was ich hier tun muss Ich geh zum Licht, okay? Ich geh zum Licht Was ist das? Ein Auto? Bin ich gestorben? Bin ich tot? Warum ist mein Dach so eingedellt? Ich bin tot Ich bin doch tot Du siehst es doch Was soll dieses Zeichen? Das war also All is Dust Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit diesem Spiel Also ich schon Für die kurze Zeit hatte ich echt Mega fun Und, ähm, ja Keine Ahnung, was mit meiner Tochter los ist Wo ist sie? Ist sie noch da? Ist sie weg? Lebt sie noch? Bin ich tot? Was ist hier los? Das ist hier los? Was ist hier los? Was ist so